Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen am Sonntagabend hier bei Simrace TV zur Übertragung des dritten Laufs der ALMS-Serie Team Series bei Sackschwitze.com. Genau, ich habe neulich mein Passwort zurücksetzen müssen auf der Webseite von Sackschwitze.com und hatte das Phänomen, dass ich als E-Capture Abfrage bekam, wo schwissen wir? Und ganz ehrlich, ich habe es mal drei Sekunden gebraucht, bis ich erstmal wusste, was sie überhaupt wollen von mir. Das war großartig. Das zeigt aber den Spaß und den Witz, den die Herrschaften hier in ihrem Tun haben und die ganze Seite ist witzig aufgezogen, also nicht, oder sagen wir mal spaßig, spaßig. Es ist wirklich Spaß, Spaß an der Freude und das honorieren hier heute wieder knapp 40 Teams, die wir hier auf dieser sensationellen Rennstrecke, nämlich Road America haben. Und ich hoffe, ich habe es jetzt nicht wieder verwechselt mit Road Atlanta, aber ich glaube, ich habe Road America so mich vorbereitet. Und jetzt werden wir mal gucken, was hier heute Abend passiert. Wir fahren in zwei Klassen, LMP und GT-Klasse, also LMP2 und GT2-Klasse. Und ja, momentan ist noch ein bisschen Training und wir gucken nachher mal so ein bisschen, was hier passiert. Also noch ist das alles recht unspannend, aber ich weiß noch nicht so recht, ob ich mich dran gewöhnen kann. Jetzt ein Rennen zu moderieren, ohne jegliche Probleme. Ich hoffe, dass wenigstens der Stream ruckelt oder der Server mal abstürzt zwischendurch. Ja, gestern soll es ja auf SimRacing.org so ein denkwürdiges Ereignis gegeben haben. Ich weiß davon gar nichts, ich war nicht dabei, also muss ich gleich sagen. Also mich haben heute früh zwei, drei Leute darauf angesprochen und ich wusste gar nicht, von was die reden. Ähm, da war wohl ganz komisch mit ins Rennen schalten und die Zeit stimmte nicht, irgend sowas. Also ganz merkwürdige Geschichte. Wir haben davon keine Ahnung, beziehungsweise wir von SimRacing TV, da kann ich mich ja mal gut rausreden. Ja, einen Abend zum Vergessen. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Jetzt holen wir uns mal noch ein kleines Lifetiming hier auf unsere unglaublich vielfältig gestalteten Control-Monitors. Und, äh, wir wollen mal sehen, was die Herrschaften hier fabrizieren. Da ist, hier nach dem letzten Rennen, was wir hier gesehen haben, vor allem in der GT1-Klasse mit Christian Simunic und Robin Ricke, die haben sich daher wirklich einen heißen Fight geliefert mit dem glücklichen Ausgang für den Christian Simunic, der dann auch noch so ein bisschen entschädigt wurde für sein schlechtes Abschneiden im ersten Rennen, beziehungsweise sein Ausfall war das wohl. Und momentan ist es so, in der LMP-Klasse der Sascha Bohorni steht hier ganz vorne als einziger mit einer Zeit unter 1,50, nämlich 1,49, 3,5,4. Und in der GT2-Klasse steht natürlich der Robin Ricke da auf Platz 1 mit einer 2,05, 6,5,5. Aber, wenn ich das hier richtig sehe, ist der Christian Simunic noch nicht gefahren. Nein, ist er noch nicht. Und deswegen suchen wir uns den mal jetzt hier. Der parkt momentan auf Position 37 und da parkt der auch noch. Also es ist noch nicht wirklich irgendwas passiert hier. Hm, werden wir mal schauen, ob da noch was kommt oder nicht oder wie oder was. Auf alle Fälle sieht das schon mal ganz wunderprächtig aus. Die Autos sind schön bunt. Daneben sehen wir, ist das ein Sackspitze-Auto daneben? Ich gehe mal davon aus. Da ist kein Name dran. Ich glaube, das ist mein Auto. Ach nee, das ist nicht mein Auto. Nee, mein Auto, wo ist der eigentlich? Ja, das hat nämlich Kai Sichotzki gemacht für mich. Für mich ganz alleine hat er das gemacht. Hat mir hier ein Auto gepaintet. Und, ja, was soll man sagen? Großartig, oder? Schön rot. Also, ne, mit fließenden Farbübergängen. Das ist ja nicht einfach zu lackieren. Aber das Auto hat eine Beule, sehe ich gerade. Wie ist das denn möglich? Ich bin ja noch gar nicht gefahren. Welcher Vollpfosten ist denn hier rückwärts irgendwie in die Kache gekragt? Oder hat der Kai das so geimpft, mit Absicht, um hier irgendetwas anzudeuten? Kann er aber gar nicht, weil er kennt mich noch gar nicht aus der Zeit, wo ich selber gefahren bin. Na gut, wie auch immer. So sieht es hier momentan aus. Und jetzt gucken wir mal einfach hier auf die Strecke. Ja, der Sascha ist gerade in der Box. Aber der Thomas Patzke. Patzke, nicht Patzke. Patzen tut er hoffentlich nicht. Thomas Patzke hier momentan auf Position 2. Allerdings nicht in einer gezeiteten Runde. Ist wahrscheinlich noch die Outlab. Gucken wir mal, was er hier treibt. Also, dann, denke ich mal, haben wir auch mal irgendwie eine Runde. Wir können ja mal hier so ein bisschen ins Cockpit gehen. Ja, schönes Cockpit, ne? Schön aufgeräumt. Schalter alle schön in einer Reihe. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was die Herrschaften hier treiben. Ich habe gesehen, die Strecke wurde auch gepaintet. Also, ein paar nette Banner sind hier drauf. Man achte bitte auf die Simples TV-Banner. Ah, da kommt schon einer. Guck mal. Das habe ich doch gut abgepasst. Ich wusste nicht, dass er hier ist. Ehrlich. Boah, und, ähm. Ja, jetzt wollen wir mal schauen. Also, Strecke ist hier, dieses Road America, das ist wirklich, äh, kann man durchaus so sagen. Also, da ist nicht wirklich was, ähm, dass man hier irgendwie, das ist wirklich mehr eine Straße. Da haben sie ein paar Curbs hin und her herangepackt. Also, eigentlich ist das ja Elkhart Lake. Äh, kennt man ja so ein bisschen. Also, der Name ist dann schon bekannter. Und, ja, werden wir mal schauen. So, jetzt geht es hier auf die Start und Ziel. Oder gleich kommen wir zu Start und Ziel. Hier ist dieses Bergaufstück. Und, äh, ich hoffe, dass ich einigermaßen zu verstehen bin. Wenn wir hier ein paar Leute haben, die mich in Skype haben, bitte mal schreiben, ob die Sounds so okay sind. Ich gehe mal davon aus, dass es sind. Und, äh, ja, werden wir mal schauen. So, hier erste Kurve. Und da werden wir sicherlich schon das eine oder andere sehen. Weil, mit Überholen ist es wirklich schwer innerhalb einer Klasse hier. Das sind alles rechtfällige Kurven. Wir sehen, das ist hier dritter Gang. Und, da ist natürlich, gibt es immer nur eine Linie. Das ist viel zu schnell, um da nebeneinander zu fahren. So, und jetzt hier doch erhebliches Stück gerade. Das geht bis in den sechsten Gang. Und, da kommen wir hier bis auf 270 kmh. Also, jedenfalls der Thomas hier. Und jetzt hat er dann schon ein Rivalen. Nämlich ein GT1, äh, eine GT2-Korvette. Oder, sagen wir mal, es ist eine GT1-Korvette, aber mit der Power von GT2-Autos. So. Das war eben eine Stelle, die würde man überholen können. Also, da geht es bis in den zweiten Gang runter. Jetzt geht es natürlich wieder hoch. Und das geht hier fast voll. Also, mit den LMPs geht es voll. Mit den GTs wahrscheinlich nicht. Ganz aber schon hart am Limit. Und dann hier wirklich raus. Und alles perfekt treffen. Jede Kurve sauber einlenken. Da ist nicht viel Spielraum für Fehler. Wir sehen es, links und rechts, Mauer, beziehungsweise Leitplanken. So, und da haben wir dann einen Sackstütze-Porsche hier. Der jetzt hier irgendwo dumm im Weg, äh, der jetzt hier irgendwo im Weg rumsteht. Genau. Nein, das tut er natürlich nicht. Die fahren genauso hier rennen. So, und jetzt hier letzte Kurve. Und dann wieder raus, dieses Bergaufstück. Die einzige wirkliche Abwechslung hier auf der Strecke. Genau. Und das war dann erstmal eine Runde. Und dann wieder raus. So. Da sind wir wieder. Da war was Wichtiges zwischendrin. Ja, Matthias Schöllkopf ist heute, glaube, ähm, außer Haus. Eine Sache, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann bei so einem Event. Aber es gibt manchmal Verpflichtungen, da geht es nicht anders. Und von daher, ähm, hoffe ich mal, ich hatte so eine Info, dass er vielleicht später kommt. Das hoffe ich mal ganz schwer. Wenn er jetzt hier zuguckt und nicht im Stream hier, äh, nicht im Teamspeak ist, dann haue ich ihm die Löffel. Ja. Ja. So. Jetzt haben wir den Thomas Watzke hier lang genug gezeigt. Jetzt gucken wir mal, ob er hier... Da ist der Christian Semyonich. So, die Zwischenzeiten sind natürlich jetzt ganz schwierig. Ähm, zu gucken. Jetzt gucken wir mal, der Robin Ricke hat... Rückstand. Äh, da müssen wir ein bisschen nach oben scrollen. Wir sind gerade ganz unten. Äh, wo ist denn der Besse GT2? Weil der Robin Ricke hat 16 Sekunden Rückstand am Ende. Gucken wir mal die Sektoren uns an. Ach Gott, das müsste man jetzt zurückrechnen. Da habe ich jetzt keine Zeit für. So, und der Christian fährt... ...hier Schlangenlinie. Mensch, Christian, sei nicht so nervös. Nur weil du jetzt im Fernsehen bist. Diese kurzen Ruckler hier im Stream, das ist jedes Mal, wenn ein neuer Fahrer hier joint. Da werden so jetzt in den nächsten acht Minuten noch der ein oder andere dazukommen. So, das sieht eigentlich alles ganz wunderprächtig aus, was der Christian hier macht. Also die Runde sah etwas... ...genünftiger aus als die vorhergehende, jetzt kriegt er aber Verkehr. So, und das ist natürlich jetzt... Ja. Wie gesagt, es ist noch kein Qualifying, von daher ist das alles... ...ähh... ...unproblematisch. Nachher... ...im Qualifying selber... ...wird ein Private Qualifying gefahren. So, Christian Simon ist jetzt auf die 24. Da ist er noch ein bisschen weg von dem Robin Ricke. Wenn ich das richtig sehe. Der steht nämlich auf Platz 19. Also, da muss er noch ein bisschen Gas geben, der Christian. Aber, ich hab schon vorhin von dem ein oder anderen Fahrer gehört, diese Strecke ist hier wirklich sehr speziell. Und allein die Anmutung, ne, dass man hier eigentlich mehr oder weniger eine Landstraße befährt, ist schon immer ein bisschen schwierig. Und, äh, da muss man tatsächlich dann mal schauen, ähm, was... ...ähm, ja, da gibt's halt den ein oder anderen Fahrer, der hier sich nicht so wirklich wohlfühlt. Und da gehört auch mal ein Christian Simonitz dazu, der ansonsten zweifelsfrei zu einem der besten Simracer gehört. Zumindest hier in der GT2-Klasse. Also, das muss man dann erstmal abwarten. Und wie er sich übers Rändern hier schlägt. Ja, meine Lieben, so sieht das hier momentan aus. Also, nicht viel Neues. Es gibt auch nicht sehr viel Neues zu berichten. Vielleicht die Info, wer es noch nicht mitbekommen hat. ISI hat ein Update released. Ajojojoj, Mensch, der kommt mal gleich. Kommt sogar der Christian gerade ins Schleudern. Also hat ein Update released. Die Build 60. Äh, ja. Version 6.0. Und, ähm, da sind dann halt schon ein paar Steps drin. Die erste Version war ja die 49. Und, ähm, es gibt wohl ein Performance-Update. Das heißt, also, die FPS, die, die jetzt schon vorher, also mit einigermaßen aktuellen Rechnern, nicht so besonders glücklich mit ihren FPS waren, denen ist jetzt geholfen worden. Also, es gibt tatsächlich, je nach Konstellation, bis zu 60 FPS mehr. Es gibt eine neue, äh, virtuelle, äh, äh, vertikale Synchronisation. Da kann man mal ein bisschen rumspielen. Sollte man aber im ISI-Forum lesen. Da hat das einer sehr gut erklärt. Kann ich gar nicht so gut wiedergeben. Und, äh, SLI-Unterstützung, diverse andere Kleinigkeiten, Kollisionsabfragen sind verbessert worden. Also, da geht scheinbar dann jetzt was. Aber machen wir uns nichts vor. Hier, die Beta-Testphase wird wohl dieses angedachte halbe Jahr deutlich übersteigen. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, beziehungsweise, ISI müsste sich um 180 Grad, äh, geändert haben, gewendet haben in ihrer, ja, wie soll man sagen, Firmenpolitik oder in ihrem Tun, dass das hier schneller ginge. Also, noch wirklich keine Alternative zu dem, für das, was wir hier tun. Nämlich Langstreckenrennen fahren, mit Fahrradwechsel, mit allem drum und dran. Also, das ist noch nicht wirklich besser geworden. Also, nicht benutzbar. Und, äh, ja, bis dahin warten wir ein bisschen ab, was noch so passiert. Und, bauen voller Spannung auf Assetto Corsa von Unos Simulationi. Dem räume ich, ähm, deutlich mehr Chancen ein, hier in diesem, hier in diesem Bereich richtig, richtig gut, Punkte gut zu machen. Die große Frage wird wohl sein, wie, ist da jetzt der Multiplayer-Modus dort? Wird es möglich sein, mit mehr als 1516 Autos zu fahren, wie es halt bei Netcar war? Ja, und dann ist eigentlich, äh, ja, das, wenn das funktioniert, dann haben wir, glaube ich, mit 3X11, mit dieser sensationellen Grafik, die da auf den Screenshots zu sehen ist, ähm, haben wir sicherlich eine ganz, ganz fantastische Simulation. Und, äh, ja, wie gesagt, sollte dieser Multiplayer-Modus nicht die Möglichkeit bieten, mit ausreichend Fahrzeugen unterwegs zu sein, dann allerdings wohl erfacht, was ich größtenteils durchsetzen. So, gucken wir mal wieder hier nach vorne in die LMP-Klasse, da ist mittlerweile der Florian Sixel, hat da mal jetzt die Führung übernommen auf Platz 2 der Markus Bräuch. Und, der Sascha Bohorni ist nach wie vor, ist immer noch in der Spitzengruppe, aber jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, nur, äh, auf Position 3. So, gucken wir mal hier so ein bisschen weiter, Jonathan Erzschin, der hat ja das letzte Mal hier eine sensationelle Show geboten, auf Position 4. Thomas Patzke auf der 5, auf der 6, Martin Reinheimer, Frank Fleini auf der 7, auf der 8, der Sala Lukas. Auf der 9, der Tobias Zolltau, auf der 10, der Günther Hessbrücken, den ich hier mal ganz herzlich grüße, ich war vorhin schon bei Ihrem Channel, und mal ganz, ganz herzlich Danke sage, hier auch nochmal öffentlich. So, das hat niemand gerechnet gehabt, und großartige Geschichte, was der Günther da gemacht hat, ich kann leider nicht weiter ins Detail eingehen, sonst kriege ich wieder eine Klage von Multiplayer-Modus hier am Halbz. Genau, so. Ähm. Gucken wir mal in die GT-Klasse. Da ist der Robin Ricke auf Platz 1, folgt von Johann Schafranca, auch der hat ja das letzte Mal zusammen mit, ich glaube, Materna oder so, die haben, ja, ich glaube, das war so, die haben hier sensationell gefightet. Daniel Ehrlich, auf 3, Roberto Schünemann, ja, nee, Roberto Schünemann war es, genau. So, Roberto Schünemann hat, ja, das waren die beiden Schünemannischer Franker, die haben sensationell gefightet hier, leider Gottes dann, äh, mit einem Ausrutscher oder einem Unfall, wurde dieser Zweikhaft dann beendet. So, und der Christian Sumiunitsch noch ein bisschen abgeladen hier. So, hier schreibt irgendjemand. Ok. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also schon noch ein paar Kilometer weg von der Kanadischen Grenze, aber in dieser wunderschönen Seenplatte da oben, Erisee und was da so alles rumliegt an Seen. Wir erinnern uns an die Ballade, irgendwas von Buffalo und zu... Also da oben ist das. Ja, normalerweise fährt dort die American Le Mans Serie, das tun wir hier auch. Dann gibt es noch eine Rennseher mit der Superbike Championship, die AMA Superbike Championship ist da unterwegs und natürlich die Nesca, aber auch die Jemka World Series fährt da. Ja, so. Was ist jetzt hier? Jetzt hat er sich hier hinterm Busch versteckt. Das ist ja lustig. Ich dachte, da gibt es mal ein paar, die auch sowas ähnliches... Also das ist ja so auch so eine typisch amerikanische Boxengasse hier, also da investiert man nicht so viel rein. Dann wahrscheinlich in die Rennstrecke auch nicht, aber gut, was soll's. Ist okay. So, irgendwie fahren will ja aber keiner so richtig doch. Jetzt haben wir hier den, ich glaube Frank Schuster heißt er. Ja, genau. Also insgesamt sind da so 6,5 Kilometer, ich kann das gar nicht glauben. Äh, Rennlänge, ich glaube es ist ein bisschen weniger, aber gut. Kurzen Kurven, 10.000 feste Plätze, ansonsten Naturtribünen, das sehen wir ja deutlich. So, jetzt ist irgendwas passiert. Jetzt ist was passiert. Ich befürchte, wir kommen jetzt ins Qualifying. Wir können jetzt hier ernsthaft etwas übertragen. Wir schauen mal hier rein, so ich hier eine Maus bekomme. Training 2, also ich denke mal, es geht jetzt hier zügig in das Qualifying. Ja, so, wollen wir mal schauen, was jetzt passiert. Noch passiert nichts, wir sind noch im Training 2. Genau, jetzt können noch ein paar Leute nachjoinen, die jetzt vielleicht die Verbindung verloren haben. Momentan hängt das nicht. Noch passiert noch so ein bisschen hier in der Luft. Ja, warten wir mal ab. Da stand irgendwas, wir warten noch bis alle da sind. Momentan 43 Clients hier auf dem Server, wenn ich das richtig sehe. Mit uns dürften das dann... Genau, 42 aktive Fahrzeuge sein, also genauso viele wie beim letzten Mal. Und jetzt verschwinden hier aber irgendwelche Autos. Ja, dann suchen wir uns mal ein schönes Bild hier von der Strecke, genau. Und hoffen mal, dass hier jetzt in Kürze was passiert. Vielleicht, weil wir ja doch einige Zuschauer haben, die auch in der GT1 Langstreckenserie unterwegs sind oder in der Multileak bei Simracing.org. Also wir werden, haben gestern nach dem Chaos gestern beschlossen, wir fahren jetzt nicht in 14 Tagen, wiederholen wir es bar. Und fahren dann im Anschluss am 17.03. dann die Stand fort. Und hoffen drauf, es sieht ja momentan so aus. Also ich habe heute zwar die Auskunft gekriegt von Rossé oder von Bram Helmene Welt, von Race Department, dass das 24 Stunden Rennen bei Race Department stattfindet. Allerdings gibt es momentan keine Server. So, jetzt gibt es hier nochmal was, genau. Und jetzt sind wir dann doch im Qualifying. Großartig und ich stehe auf Platz 38. Also, sollte wieder erwarten, dass Rennen bei Race Department nicht stattfinden, dann haben wir am 31. März dann das Rennen auf dem A1 Ring. Und 14 Tage später dann das Finale auf der Nordschleife. Sollte das Rennen stattfinden bei Race Department, fahren wir dann in der zweiten Aprilwoche, das zweite Aprilwochenende, also das Wochenende nach Ostern, den A1 Ring. Und 14 Tage Ende April dann das Finale. So. Kommen wir mal. So, der Florian Sixel, den gucken wir uns jetzt hier an. Die Leute haben nur eine Runde, die sie hier fahren können. Also, da ist nicht viel mit Fehlern oder sonst dergleichen Dinge. Ähm, deswegen ist es natürlich sehr spannend. Wir sehen jetzt natürlich immer nur ein Auto. Also, dieser Private Mode ist extra für solche Qualifyings gedacht, die man in einer ganz schnellen, also ganz schnell abhandeln möchte. Sodass die Herrschaften hier innerhalb von 10 Minuten ist dieses Qualifying beendet. Man hat hier eine Outlab, eine gezeitete Runde und dann eine Inlab. So, und dann gucken wir auch mal gleich. Oh, da sind jetzt noch welche dazugekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist der? Da ist der Robin Ricke. Das ist der führende. Also, der fährt jetzt auf der 21. Somit haben wir 20 LMP-Fahrzeuge und 22 ET-Fahrzeuge. So, keiner von den beiden ist aber jetzt auf einer schnellen Runde. Also, das kommt jetzt in Kürze. Die Rennen des Tanks selber sind in Anführungsstrichen nur 90 Minuten. Ähm, das ist halt unterstützt so ein bisschen den, ja, Spaßcharakter. Da einfach mal Rennen fahren, so wie man es eigentlich aus Endurance-Szenen kennt, mit, ähm, ja, mehreren Stunden Rennlänge. Hier wird das alles auf 90 Minuten komprimiert. Und jetzt geht's hier los für den Florian Sixel. Wir schauen mal so ein bisschen hier in die Kamera, dass man so einen Eindruck bekommt. Ich kann natürlich jetzt wenig dazu sagen, ob das jetzt hier alles sauber ist. Aber sieht zumindest sehr sauber aus. Hier hätte man vielleicht ein bisschen weiter hin liegen können, aber da muss ich mich leider mangels Fachkenntnis etwas zurückhalten. Das hier sah sehr gut aus. Alles mitgenommen, was ging. Und hier wird's natürlich in der LMP-Klasse entspannend. Zwischen den Freien jetzt Sixel, Teuch und Roni. Na doch, die Rennstrecke ist dann doch wohl doch etwas länger. Mag schon hinkommen. Oh, und Sixel dreht sich raus. Das ist dann schon... Eieieieieieieiei. So, dann gehen wir mal hin zu Markus Bräuch. Lichtbrauer nicht anmachen, er kann keinen blenden. So, Platz zwei. Auf eins jetzt erstmal Erzschien und jetzt kommen die hier alle rein. Also Erzschien, Bräuch und auf der drei haben wir Wilke. Und dann gehen wir mal ganz schnell in die GT-Klasse. Oh, ist da noch einer dazugekommen. Genau, Robin Rickel. Genau, auf der 22 jetzt. Schauen wir mal, wann er hier... Was er hier für eine Zeit hinlegt. So, jetzt kommen da die ersten GT-Zeiten. Aber wichtig ist jetzt erstmal, was hier bei Ricke passiert. So, Ricke auf 23. Das ist nichts. Simunic ist momentan auf Pol. Simunic ist momentan auf Pol. Vorheigel und Ricke. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob die vielleicht doch mehr als eine Runde haben. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist Schafranca jetzt auf... Richtig, Schafranca auf der momentanen Pol. In der LMP-Klasse ist nach wie vor Erzschien da und zwar mit einer Hammerzeit. 1,48, 0,8, 9. Wir haben vorhin gesehen 1,49 im Training. Und zum Beispiel ein Sascha Lukas auf Platz 15 hat mal gerade eine 1,50. Also hier ist mal gerade zwei Sekunden dahinter. Also Schafranca immer noch hier auf Bestzeit in der GT-Klasse. Und Florian Sixel hat die Führung übernommen. In der LMP-Klasse. Mit einer 1,48, 0,2, 1. Das sind nur wenige Tausendstel vor Erzschien. Achtundsechzig Tausendstel Vorsprung. So, jetzt... Hier tut sich jetzt auch gerade wieder eine ganze Menge. Wir gucken mal genau... Schafranca nach wie vor... Was ist denn jetzt passiert? Ah, jetzt kommen da noch... Jetzt sind wir schon auf Platz 23 in der GT-Klasse. Also der 1. der GT. Also momentan... Schafranca, Schönemann, Simunic, Ricke. Das sind die ersten vier. Gehen wir mal zurück, beziehungsweise... Gucken wir erstmal bei Simunic. Was der noch? 2 Minuten 50 haben wir noch hier mit den Qualifying. Der Christian hat ein Pedalproblem. Da leuchten immer mal die Heckleuchten auf, sehe ich gerade. Also die Bremslichter. Das bedeutet nicht, dass er bremst, sondern einfach seine... Ja, ich weiß nicht, was er jetzt für ein Lenkrad hat. Ob elektronisch gesteuert oder Potentiometer noch, allthergebrachte. Da schleift ein bisschen was, beziehungsweise das Spiel ist nicht entsprechend eingestellt. Also der bremst jetzt nicht wirklich auf der Geraden. Kann aber, wenn man da im Zweikampf ist und man ist dicht hinter ihm, dann kann das schon echt verwirrend sein. Ja, das war eine kleine Ideallinie hier. Der Franker nach wie vor auf 1 in der Corvette. So, vorne die LMPs. Nach wie vor Sixel vor Erdschin und Bräuch. So, Schafranker kommt aber in die Box. Also da passiert nichts mehr. So, Schünemann fällt zurück auf... Wer ist jetzt vor ihm? Ah, okay. Da ist noch ein LMP davor gefahren. So, und Markus Bräuch verdrängt Jonathan Erdschin vom dritten Platz. So, jetzt müssen wir nochmal hier schauen. Also, auf der 22 haben wir den Thomas Speer. Yannick Bock auf der 23. Okay, und der erste ist hier der Roberto Schünemann. Wo? Hä? Quatsch. Blödsinn. Johannes Schafranker ist auf der Gesamtposition 24. Erster der GT. Dann haben wir den Roberto Schünemann hier auf Position 2. Auf der 3 der Christian Simunic. Auf der 4 Robin Ricke. Der Jochen Stellberger auf der 5. Auf der 6. Andreas Heigl. Jetzt muss ich erstmal gucken. Genau, Andreas Heigl. Dann haben wir den Fabian Purga. Und den Daniel Ehrlich. Also, das ist hier unglaublich eng zwischen den Leuten. Also, da werden wir im Rennen sicherlich tolle Situationen sehen. So, jetzt gucken wir mal nochmal ein bisschen in die LMP. Die Zeit ist abgelaufen. Also, Sixel ist vorne. Jetzt ist die Frage, Bräuch fährt nicht mehr. Und auch Erdschinn ist drin. Also, von daher ist die Startreihenfolge in der LMP, die Startaufstellung in der LMP klar. Platz 1 für Vortex mit Florian Sixel. Auf der 2. Virtual Racing Sports mit dem Markus Bräuch. Platz 3 für Jonathan Erzschin. Ebenfalls Vortex. Platz 4 für Stefan Wilke. Ebenfalls Virtual Racing Sports. Platz 5, Frank Fleini. Wieder Vortex. Auf der 6. Thomas Batzke. Auch Vortex. Also, das ist hier mit dem Tobias Soltau. Ebenfalls Vortex. Also, Vortex. Kastriemlichen Vortex. Ich glaube, ich kann mal einen Textbaustein machen. So, und der Claudius Stockhardt. Hier ist noch unterwegs. Aber das ist keine Runde mehr, die er hier zu Ende fährt. Frank Schuster. Marcel Habermann. Martin Reinheimer. Tim Haritz. Sascha Bohorni. Überlegen wir uns mal. Der war im Training ganz vorne. Frank Rasing. Auf der 15. Auf der 16. Der Heiko Scheuermann. Andreas Geisler. Auf der 17. Auf der 18. Sascha Lukisch. Auf der 19. Der Jörg Vorstand Lechner. Robin Stark. Auf der Position 20. Jannik Bock. Äh, Jannik Bock. Auf der 21. Günther Hessbrock. Rücken 22. Auf der 23. Mit dem demolierten Auto. Der Thomas Speer. Und dann kommen wir zur GT-Klasse. Johannes Schafranca steht auf Pol. Vor Roberto Schünemann. Da freuen wir uns echt auf das Duell. So, dann haben wir den Jochen Stellberger. Ist das jetzt richtig so? Der Jochen Stellberger ist auf die dritte Position gefahren. Vor Christian Simunic. Und Robin Ricke auf 5. Auf der 6. Andreas Heigl. Fabian Purger auf der 7. Daniel Ehrlich 8. Frank Schmidt 9. Auf der 10. Dann Olaf Ness. Auf der 11. Kai Sichotzki. Andreas Freimann auf der 13. So, muss man sagen. Ja, Heik Koch auf der 14. Silvio Dörr 15. André Menatz 16. Tjoro Grebev auf der 17. Und schon Van der Poel ist gar nicht gefahren. Auf der, da haben wir ihn. Genau. Der startet von hinten. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier das alles so ein bisschen in den Griff kriegen. Gucken wir mal, ob wir hier ein schönes Bild finden. Das sieht ja schon mal ganz nett aus. Aber da fehlt mir ein bisschen die Werbung. So, jetzt gehen wir hier auch schon ins Rennen. Ne, ins Warm-Up. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Warm-Up. Also, wir wollen's dich machen. So, jetzt werden wir mal versuchen, hier ein paar Details zu erfahren. Ne, da knüpft uns jetzt erstmal nicht sehr viel weiter. Gut. Tja, wollen wir mal schauen, was hier jetzt die Herrschaften tun. Wir gucken mal in den Game Chat. Der Daniel Steinbeck ist noch dazu gekommen. Und wir sehen auch, Frank Schmidt und André Menard haben das Spiel verlassen. Ja, wollen wir mal hoffen, dass die Jungs wieder dazukommen. So. Ja, schauen wir mal, was passiert jetzt. Oh, da kommen tatsächlich zwei Autos. Guckt euch das an. Und da kommt noch ein dritter und ein viertes. Ich bin begeistert. Ja. Also, das Warm-Up wird wohl hier durchlaufen. Das wird auch nochmal gern genutzt, um nochmal ein Päuschen zu machen. Den Play Seed zu verlassen. Und, äh, ja. Kaffee holen. Kaffee holen ist eine super gute Idee. Ähm, ich werde aber mit Rücksicht auf unsere Zuschauer... Lass mal ein bisschen wissen, wo meine Tasse ist. Ja, großartig. Wo ist die da hingekommen? Ja, ich werde also... Keine Sorge, ähm... Ach, der steht ja schon fertig da. Ja, wie glücklich. Ah. Okay, die Singles unter uns wissen, wie kalt der Kaffee schmeckt. Von daher... Okay, den habe ich schon von einer halben Stunde aus der Maschine geholt. Der ist jetzt natürlich kalt, aber macht nichts. Deswegen ersparen wir uns die Pause. Ich trinke dann nur mal einen Schluck. Prost. So, ich denke mal, das ging ohne Geräusche ab. Ja, so, Mensch. 90 Minuten hier bei Sackspitze.com In der dritten... Im dritten Lauf der... Amerikan-Le Mans Team Series. Und, ähm, 90 Minuten geht's hier auf Road America. Richtig zur Sache hier in Elkhart Lake. Im Starter Wisconsin. Ja, und da hoffen wir mal, dass wir so richtig gut Spaß haben hier. Also, erinnern wir uns an Sebring vor 14 Tagen. Das war sensationell. Da wollte man gar keine Duelle mehr haben. Da wollte man nur noch sehen, wie diese armen GT-Fahrzeuge von... Gleichzeitig von 6 LMPs überrundet wurden. Das war so sensationell anzuschauen. Und, ähm, ja. Und es war extrem wenig Ausfälle. Also, ganze, ich glaube, 6 Autos, 6 Teams, rausgefallen in diesem Rennen. Was jetzt nicht verwundern muss, aber... Oder was jetzt nichts Besonderes ist, oder wäre, wenn denn da nicht auch 42 Autos drauf gewesen wären. Das sieht schon mal ein bisschen. Also, da ist schon ein erhöhtes Risiko gegeben. Aber, im Großen und Ganzen lief das eigentlich ganz gut. Und, was heißt ganz gut, es lief fantastisch. So, jetzt gucken wir mal. Die Herrschaften stehen hier alle in der Box. Ja, und da haben wir die IT-Armada mit Johannes Schrafranca an der Spitze. Bertus Schünemann, Jochen Stellberger, der fährt. Christian Sumiunitsch schont sein Auto. Robin Ricke schont ebenfalls. Andreas Heigl hier unterwegs. Fabian Purga. Ja. So sieht es hier momentan aus. Ja. Das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist nicht einfach. So, da sind wir wieder. Wir müssen mal hier kurz ein bisschen was stöpseln. So, ja. Toll, der Fabian. So, nun weiß er schon mal, wie das ist, hier rückwärts in die Reifen einzuschlagen. Hexflügel bleibt dran. Das ist ja schon mal erfreulich. So, ja. So, Pierre Soltau schickt sich an, hier im... Warm-up, die erste Position zu belegen. Da gibt es ja immer einen Sonderpreis von Matthias Schöllkopf für. Oh Mann, das wird ein Rennen. Leute, Leute, Leute. Aber er ist, glaube ich, schon nur noch Zweiter. Genau, Carsten Riemichen. Carsten Riemichen, momentan Erster im Warm-up. Das ist, ja, tolle Sache. Ja, und der Jüdische Johannes, der macht es hier und hier dahinter sehen wir, ach, wo ist er denn hin? Der Silvio. Silvio Dörr. Hier haben wir den Kai. Da ist er. Ja, im Spiker. Der Silvio hat eine Vorliebe für ausgefallenes Design. Ja, vielleicht liegt es aber auch an seiner Vorliebe für Holland. Genau. Ja, dann werden wir mal schauen, was hier noch so geht. Also, Carsten Riemichen, hier mit über zweieinhalb Zehntel Vorsprung auf Tobias Soltau, momentan auf der Position 1 im Warm-up. Und wie weit das jetzt tatsächlich ein Anhaltspunkt dafür ist, wie sich das Rennen gestaltet, kann ich nicht sagen. Aber wir werden es sehen. Und wirklich manischer Franker hier auch im Warm-up in der GT-Klasse ganz vorne. Und Roberto Schünemann dahinter. Aber ohne Rundenzeit, wie ich gerade sehe. Also hier hat sich überhaupt noch nichts geändert. Wie ist es? Wo da hier überhaupt keine Mecker kommt, dass hier irgendwas ruckelt oder lenkt oder was auch immer, freut mich sehr. Wir hatten gestern hier wirklich spannende Unterhaltung, nicht nur wegen des komischen. Problems, R-Faktor-Problems, sondern auch, dass der Stream ruckelte und ich absolut nicht nachvollziehen konnte, wieso. Dann habe ich gesehen, dass irgendwie das Ganze sehr, sehr seltsam schon hier bei mir im Spiel ruckelte. Also diese Lacks, die ihr da gesehen habt, das war direkt, also hier lief alles auf Anschlag, trotz 8 Kerne in der CPU, war das alles irgendwie sehr seltsam. Und ja, da habe ich da heute Nacht noch ein bisschen rumgefummelt, habe es hinbekommen, Vertreiber-Updates und dann lief wieder alles. Und wir wollen mal hoffen, dass das auch so bleibt. So, war es abgelaufen. So, da sind noch ein paar Zeiten zusammengekommen. Also, Carsten Riemigen hier auf Platz 1. Und in der GT2 fällt sich da noch der Jochen Stellberger noch vor den Johannes Schafrankert. So, meine Damen und Herren, ich denke mal, hier steht eine 0, ich sehe aber keine Autos. Ich hoffe, die kommen jetzt gleich. Da kommen nochmal die Qualifying-Zeiten. Also, Florian Sixel hier mit einer 1.48.020 auf Pol in der LMP-Klasse. Und der Johannes Schafrankert auf Gesamtplatz 24, Führender der GT-Klasse mit einer 2.04. Das ist natürlich auch eine saugeile Zeit für den GT. Also, hoffen wir mal, dass wir hier richtig, richtig Spannung sehen. Und die Abstände direkt auf den Positionen dahinter, natürlich auch verdammt knapp. So, das ist jetzt noch nicht der Rennstart. Also, nicht verzweifeln. Das ist jetzt erstmal eine Formation Lab. Und der Rennstart erfolgt dann fliegend. Und man hat die Empfehlung angenommen, die beiden Klassen mit etwas Abstand starten zu lassen. Das heißt, der Führende der GT-Klasse lässt jetzt so 15, 10, 15 Sekunden oder vielleicht sogar 20 Sekunden Abstand zum letzten LMP, sodass wir den Start beider Klassen hier zeigen können. Und wir wollen mal hoffen, dass das funktioniert. Sollte jemand hier im TeamSpeak von Sachschütze sein, der momentan nicht so richtig was zu tun hat, einigermaßen deutlich spricht und auch was zu erzählen hat, Oh, was ist hier los? Hier verschwinden Autos. Oh, die Pinks sind in Ordnung. Und wir wollen mal hoffen, dass das jetzt nicht ein Problem wird. Ja, der kann gerne zu mir in den Channel kommen, um hier ein bisschen mit zu moderieren. Fahrerwechsel gibt es hier nicht, aber vielleicht ist ja der ein oder andere hier, der seinen Teamkollegen oder seinen Kumpel unterstützt. Und das dann vielleicht irgendwann ein bisschen langweilig wird, dann gerne gesehen hier im Livestream in der Moderation ein bisschen Abwechslung. So, jetzt muss man erstmal gucken, wo denn der erste GT fährt. Oh, Sebastian Kowalke hat sich auch einen gefunden. So, auf der 24. Genau, der Johannes Schafranka führt das GT-Feld an. Und das sieht auch ziemlich cool aus. So, dann gehen wir mal vor zum Führenden. Der müsste nämlich jetzt so langsam, warum führt denn der so ganz alleine hier? Naja, noch ein paar Meter haben sie noch. Jetzt scheint sich das auch eingepickelt zu haben mit den sichtbaren Fahrzeugen. Also da verschwinden jetzt keine mehr, hoffe ich mal. Sichtbare Fahrzeuge sind jedenfalls genügend eingestellt und wir können, wenn wir jetzt bis dahinter gucken, die sind alle zu sehen. Also ich hoffe mal, das funktioniert. So, jetzt geht es hier ins Dappelfall. Zumindest so andeutungsweise. So, und wir haben hier vorne in der LMP die ersten drei Startreihen. Florian Sichsel, Markus Bräuch, zweiter Reihe, Jonathan Erzschin, Frank Fleini und dritte Startreihe Thomas Patzke und Tobias Soltau. So wird das dann hier aussehen. Und jetzt geht es hier auf dieses Bergaufstück und in Kürze werden wir wohl dann das Ganze zu sehen bekommen. So, und jetzt ist hier wirklich schon Gas gegeben. Sichsel, aber Träuch hat nicht geschlafen, ist ganz dicht dran. Danach eine ganz kleine Lücke. Das sieht hier alles relativ gut aus. Die kommen hier alle super gut durch. Keiner fliegt raus. Das ist fantastisch. Sehr, sehr guter Rennstart. So, und jetzt kommt hier das GT-Feld. Johannes Schafranker auf Pol. Neben ihm Roberto Schünemann, dann Jochen Stellberger, Christian Semenic in der zweiten Reihe. Jetzt geben sie Gas. Jetzt geht es los. Und vier Leute hier nebeneinander. Sorry, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen überschreite. Ich hoffe, das ist noch erträglich. So, und jetzt nehmen wir mal direkt diese Kamera hier und schauen uns das Ganze an. Und das ist alles super. Da ist noch ein LMP da. Hinter dem muss wohl was passiert sein am Start. Der muss sich jetzt hier erstmal durchs komplette Feld durchkämpfen. In der GT. Alles wie im Qualifying. Schafranker führt vor Schünemann und Heigl. Wicke, nee, wo ist denn hier die Munich? Stellberger hat Plätze verloren. Stellberger hat Plätze verloren. Der hat da wohl geschlafen. So, gehen wir mal vor in die LMP. Da führt Sixel, der hat schon, ja, halbes Sekündchen hat er sich schon rausgefahren hier. Vor Markus Bräuch und Jonathan Ertschen. Und das wird mit Sicherheit wieder, das ist ja spannend, der zwischen Bräuch und Ertschen und natürlich auch Wilke. Wo ist der eigentlich hingekommen? Sixel. Schnellste Rennrunde, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. So, Ertschen und Batske hier. Beidesmal Vortex. Ne, das ist nicht Ertschen und Batske, das ist Fleini und, ja, Batske und Batske und Batske, so rum. Und danach die nächste Paarung, Soltau und Stockart. Aber wir haben hier gerade sehr, sehr spannend. Batske versucht hier alles, um an seinem Teamkollegen vorbeizukommen. So, dann gehen wir mal zurück hier. Schafranca hier schon mit einem kleinen Respektabstand auf Position 2 und da fährt schon Robin Ricke. Der hat sich hier schon durchwurschteln können. So, wer ist der LMP hier? Oh, das ist Wilke. Ich befürchte, der muss da aus der Box starten oder irgendwas ist da passiert. Und da sehen wir auch schon Autos in den Boxen. So, Simunic knapp dahinter. Dann Zellberger. Das stimmt aber so nicht. Doch, das stimmt. So, dann gehen wir mal ganz nach hinten. Da kommt der Andreas Heigl. Der kommt hier in die Box. Dann haben wir den Sebastian Kowalke in der Box. Und den Thomas Speer. Oh, und der John Van Der Poel, der fährt hier noch. Der hat wohl... Oh, der hat hier massive Probleme. So, jetzt gehen wir mal erstmal wieder schnell vor auf die 1. Und ich sehe hier irgendwas qualmen. Ich sehe hier was qualmen. Der... Oh, was ist der, wer ist das hier jetzt? Kowalke. Kowalke hier mit massiven Problemen. Ist hier wieder aus der Box gekommen. Wahrscheinlich mit kochendem Motor. Erzschien auf 3 jetzt ganz dicht dran an euch. Da wird es wohl jetzt gleich einen Angriff geben. Gehe ich mal davon aus. Genau. Aber er muss sich wieder einsortieren. Euch hier knallhart auf der Linie. Sehr schönes Duell hier mit dem Bein. So, nächster Versuch. Aber auch das klappt noch nicht. So, dann gucken wir mal hier wieder. Ricke. Herr Franker. Genau. Herr Franker auf 23. Jetzt Gesamtplatz 23. Führender der GT. Platz 2 Robin Ricke. Aber der hat Spaß hier mit Christian Sominic. Und ich denke mal, dieses Trio wird uns hier auch in der GT-Klasse ziemlich viel Spaß machen. Roberto Schünemann. Ein bisschen zurückgefallen. Aber dafür waren hier ein richtiges dickes Pack. mit Jochen Stellberger, mit Frank Schmidt und Daniel Ehrlich. Olaf Ness. Andreas Freimann. Freikoch. Da ist Sichotzki. Oh ja, auch richtig. Was los? Sichotzki muss sich hier erwehren. Gegen Fram. Und Fram wiederum hat den Menat im Gepäck. So, jetzt sehen wir das hier aus, der Cockpit. Und hier gibt es Windschatten. Oh, das sieht doch danach aus, als ob die sich hier, ob das klappt. Ja, hier die Corvette mit mehr Topspeed. Aber Sichotzki hält dagegen, kann hier später bremsen. Frage ist jetzt, ob er zu weit rauskommt. Und, nee, er kann die Linie halten. Super gemacht. Also, schöner Konter hier von Sichotzki. So, gehen wir mal wieder nach vorne auf die Jungs hier. Ah, ja, sehr schön. Macht einer einen Fehler, macht der andere ihn hinterher bei diesem Abstand. Man muss davon ausgehen, der Hinterherfahrende sieht nichts. Der sieht lediglich das Heck des Autos. Oder des vorhin Fahrenden. Und, ja, wenn der irgendwie sich in seiner Linie mal irrt, dann irrt sich der Hinterherfahrende mit. Das ist fast zwangsläufig. Oh, hier. Oh, da gab es ein bisschen Kuddelmuddel in der GT-Klasse. Da konnte ich jetzt so schnell nicht erkennen, wer das war. Aber das sind jetzt hier schon Überrundungen. Klar, logisch. So, und das ist natürlich dann das. Ja, und jetzt, Ergin hier wieder mit einem, muss hier kurz warten. Verliert dadurch wieder einige Zehntel auf euch. Gehen wir mal weiter. Das selbe Spiel hier bei Batzke und Fleini. Dockert-Soltau. Dockert-Soltau.